Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzahl, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Erste Möglichkeit kenne ich selbst aus der Schule, die zweite ist noch wesentlich cooler. Erster Schritt ist, wir verschieben das Komma so weit nach rechts, dass es direkt vor der Periode steht. In unserem Fall hier um zwei Stellen. Wir erhalten also die Zahl 10, Periode 2,4. Wir haben das Komma um zwei Stellen nach rechts verschoben, also müssen wir durch 100 teilen, denn die beiden Nuller bedeuten, wir dürfen um zwei Stellen nach rechts verschieben, sonst würde das Ist-Grechtszeichen nicht mehr stimmen. Zwar nennen wir diese Zahl hier um. Die 10 vor dem Komma bleibt, die Periode kommt in den Zähler, also 2,4 und in den Nenner kommen so viele Neuner, wie die Periode Ziffern hat. Die Periode besteht aus zwei Ziffern, also zwei Neuner. Und anstatt geteilt durch 100 mal den Kehrwert mal ein Hundertstel. Jetzt wandeln wir das hier um. Wir rechnen. 10 mal 99 ist 990, plus 24 ist 1014, das ist der neue Zähler, der Nenner 99 bleibt. Das hier übernehme ich. Und jetzt rechne ich Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. 1014 mal 1 ist 1014 und 99 mal 100, einfach die beiden Nuller anhängen, ergibt 9900. Daher richtige Antwort, Antwort B. Übrigens könnte man hier auch mit der Zahl 6 noch kürzen und erhält 169,1650. Jetzt die coole Möglichkeit. Erster Schritt. Wir schreiben alle Ziffern in den Zähler. Die vorangestellte Null schreiben wir nicht hin. Dann rechnen wir minus die Ziffern, die nicht zur Periode gehören. Hier in dem Fall 1 und 0, also minus 10. Und in den Nenner kommen jetzt zwei Neuner, weil die Periode aus zwei Ziffern besteht. Und zwei Nuller, da wir zwei Ziffern nach dem Komma haben, die nicht zur Periode gehören. Und jetzt rechne ich 1024 minus 10, das ist 1014 und so konnte ich wesentlich einfacher rechnen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr richtig gerechnet habt und ob ihr beide Möglichkeiten kennt. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.